was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zurück zu outlast 2 wir sind erfolgreich wieder von dieser spitzen hacken tante was auch immer geflohen sind jetzt im haus drin da wo das jetzt mal stehen geblieben sind vielen lieben dank auf jeden fall schon mal für euren support das ist echt nice und jetzt wünsche ich euch viel viel spaß dabei so das geht nicht auf langsam so wie war das jetzt eben rein flanken nein geh runter bitte alter ok du kannst objekte verschieben indem du ach das ist doch nicht dein ernst tante oder wohin denn doch ist es nachladen bitte das ist doch ein spuckalmer oder wow alter oh jesus oh then you'll have god wants to be dead okay äh okay 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 alter äh 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 Okay. Rechts, frei, links. Ich weiß nicht. Verstecken. Ich kann mich in so ein Ding verstecken. Wie geil ist das denn? Ist hier was? Hier ist nichts. Alter, diese Scheiß-Batterie, ne? Legs mir an, der Föss. Deine Kamera hat ein Mikrofon. Ach du Scheiße. Kannst du das abschließen? Danke. Kannst du das Fenster schließen? Steht da? Aufsperren und öffnen. Äh, bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Oh, oh. Alter, was ist mit dir los? Boah, Scheiße. Schließen. Blockier der Teig. Oh. Alter, ist nicht euer Ernst, ne? Ah. Oh. Lauf! Lauf! Oh, scheiße. Wohin? Oh, oh. Falsch. Ach, du Kacke. Was zur Hölle? Was passiert? Alter. Ich bin, dass ich bin. Und das ist alles, was zu tun ist. Alles klar. Lass uns mal liegen. Ich will hier weg. Oh. Ach, du Scheiße. So, das ist eine Kirsche hier, ne? Ja. Huh? Wo und wie? Ach, da. Äh, hier sind Lautsprecher. Na klar ist das Kreuz hier. Oh, 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 oh. Verschlossen? Alter, hier passiert doch irgendein Scheiß. Okay. Ach, du Kacke. Äh, sorry, da ist gerade zu wenig Rede, aber hier geht doch irgendein kranker Scheiß ab. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ehrlich. Was, was, was? 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 Alter, was ist das hier? Ich habe keine Batterien mehr, vorzüglich. Aha, gut. Das ist nicht so ernst, dass wir da runter müssen, oder? Zeiger. Ich hole. Ja. Was ist hier unten? Okay. Komm ich hier hoch? Was steht da? Alles klar. Muss ich hier zurück? Vielleicht kommen wir jetzt hier rein, oder? Nee. Ach, du heiliger Kuckuck. Ich habe doch hier einen verfluchten Gefängnisschlüssel gefunden. Wir laufen einfach mal knallhart hier durch. Kann ich damit hier was öffnen? Okay. 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 Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann die auch nicht rauslassen. Hey. Ach, da. Okay. Kann ich das denn da reinschieben? Nee. Wieso kommst du denn da nicht hoch? Hier würde es weitergehen. Sprache und du überleg dir ganz laut. Hä? Freunde der Nacht. Was übersehen wir? Ja. 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 Natürlich, ich bin ein Blindvogel. Batterie? Da sind wir natürlich auch gerne. Oh man. Oh man. Wow. Alter. Okay. Das brauchen wir wohl, denke ich mal, nicht hier im Hellen. Aufsperren. Okay. Geht die nicht auf? Okay, ganz hier runter, oder was? Was? Huh? Oh Gott, Blake. Du bist okay? Nein. Was ist das? Oh, nein. Wir müssen uns gehen. Hey. Okay. Lynn, wo sind wir? Wo sind wir gehen? Weg von hier. Anywhere but here. Okay. Er geht automatisch mit. Ah! Oh Gott! Oh! Was ist das? Mein Stamm. Es tut mir leid. Was ist falsch? Scheiße! Okay. Lynn. Was geht? Warum gehe ich automatisch mit dir weg? Stopp! Ich brauche... Ich brauche... Oh Gott! Jesus Christ, Lynn! Was ist hier passiert? Ich dachte, du warst tot. Als du fallen, dachte ich, wir waren alle tot. Es ist okay. Ich bin hier. Wir werden hier raus. Okay? Gott. Was haben sie mit dir getan? Ich... Ich kann nicht darüber sprechen. Wir müssen uns bitten. Ich bin. Ich bin. Die will. Ich bin. Ich bin. Sie sind willkommen. Wir kommen. Wir sind willkommen. Unw в Die Worte. Die Worte. Ihr wurde gegeben. Die Worte. Wir sind ganzes Gäste. Was? Was? Ich weiß nicht. Er ist verrückt. Sie sind verrückt verrückt. Please, Blake, ich will einfach raus. Ich bin pregnant. Was ist mit uns? Was ist passiert? Ich kann nicht. Nicht jetzt. Schau mal aus dem Ort. Okay. Okay. Da hinten ist doch was. Da hinten ist doch was. Stay back! Oh, you're gentle. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. No! No! Waaah! Waa! 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 Waa!